So, müsste es weitergehen. So, willkommen zu einem neunten Part von Banjo-Tui. Ich hab jetzt Essen geholt. Da möchte ich euch wieder richtig auf den Krieg gehen, aber ich esse ja sicher auch. Ich selber, deswegen bin ich jetzt kein Unmensch. Ich bin Puzzle und Jesus will Tendle. Wenn er mich sehen möchte, er muss erst mal einen für mich, der was die hier euren. Ja, so ein Jedi halt. Yum, yum. Da, hei, du, du. Ja. Mal gucken. Ja, jetzt scheint weiter. Da ist was Pinkes. Yum, lass mich hierherzett. Komm nach Hause. Eww. Ich muss mir nachdenken, wie rede ich nachher jede Familie. Ich glaube, von der Farbe her. Pink ist ja eher die männliche Farbe. Was sie auch wieder nicht wissen. Aber eher ein bisschen... Aber auch nicht eigentlich in die homogene Richtung. Danke, dass du mich gerettet hast. Aber das Wimpern. Ich habe diesen Rasen beim Rest meiner Familie. Das hat uns alle und überhält das Familienherbstieg. Sieht bei euch eher dunkelviolett aus. Aber bei mir ist es ganz schön. Einiger Spieler spielt selber. Und auf einer. Auf einer. Oh. So. Ah, ich weiß, das war immer ruhig. Hi, Jedi. Ich bin ein bescheidender Fungserloge. Ich mache an der Korte seines Tempels, um solche abzureißen, die seine nicht würdrehen. Sieht hier Spaß zu machen. Sonst keine Hobbies. Äh, glaubst du wir sind würdig? Das kommt darauf an. Und ich als würdig zu erweisen, muss du Bilder nach Pursen los neben Bildung. Und wie genau sehen die dann aus? Das ist ein Teil, das wird als Pursen los. Das kommt mir bekannt vor. Ich bin ein. denn wie es sei dass du genug Puzzleos eingesammelt um einzutreten zu dürfen nicht vergessen keine Kameras und Urspeisen von Mac Puzzleow sind im Tempel laut ich weiß nicht ob dieser jetzt extra war aber ich glaube da war sogar eine englische Version also eine extra Gewinne okay man kann auch nicht sagen Puzzle King könnte man auch sagen sei gegrüßt du ausgewählter den Tempel des heiligen Puzzleow betreten trete er vor den goldenen Monolithen will er prüfen ob er wert ist einzutreten was auch immer das für ein komischer Mousetrap war drück er will nahe den Monolithen um Puzzles Herausforderungen anzunehmen er war nicht kommen wir uns nicht in den Breiternspielen muss ja nicht er ist das Bild vor ihm vervollständigen Männer dort ihn reisen möchte wir sind drei Leute ist die ganze Hand drück er auch ein Stück aufzunehmen drück er auch ein aufgenommenes Stück einzusetzen oder weh und dann zurückzulegen er hat nur begrenzt Zeit möglicherweise die Möge will er sich in der Hand führen das müssten wir eigentlich erschaffen aber egal ist das das Spiel war so schwer ich weiß nicht dass das nicht ich weiß doch das schneide ich weiß schon was wir machen wir wieder die Prüsenzwerden wieder weit im Spielverlauf schwerer das ist auch gar nicht nun wird ihn den Weg weisen das wird sicherlich sein die Macht des Gewaltigen Pruselung ich habe eine Synchronstimme, die hier im Spiel machen will, wo ich mir jetzt schon gedacht hab wird legendär oder auch nicht sie wird mein einzigartig sein kann ich sagen nein, wo ist denn das? scheiße ich ach, das ist ja gleich hier ahaha Polo so Thanks for öffnende Tür End, yeah für Aufgabe 2 ob er nicht genügend Puzzle los Kehle zurück wenn er weitere besammelt hat ja genügend weitere vier brauchen wir mindestens die Erfindung an ein Gebiet wie in jeden Fall nicht in den letzten es gesehen hat die Erwachsenen aufrufen nicht so schlimm in den Zünder ein Wiener sicher wie hier ich bin das ist ein Wort Prozent die Heilbräufe der Welt da finde ich auch super geil die Welt was zu verlassen war blau ist und ein wirklich die Liedsberg aber das ist sofort gelb oder 11 sofort die Pinke Familie ist er die Chance er schwer ich habe nicht sagen weil es mir noch nicht passiert ist du hast ein paar Noten gefunden Junge so kann ich jetzt noch rüber was ich ein bisschen schade finde ist dass sie die Noten so komisch geändert haben so jetzt gehen wir zu den Typen rüber rein, wir werden sonst einen Dialog verpassen werden, der eigentlich sehr cool ist BAM einfach mal die Muschi umgerannt was willst du denn hier? Stellangebühel! was willst du? wir wollen da reingehen Pussy, klingt cool ich will das nicht gut wir haben euch den Stolz im Alter gesehen dann lass uns rein Schmacko wir werden die Aktion verpassen Schmacko ich bin auf die Zutaten, du lass und es gibt keine Karten es wurden alle verkauft während die Banjo-Kazine gespielt haben wir wollen nicht zuschauen wir wollen zutreten und gewinnen nicht auf Besuch aber das geht leider nicht wir haben Steine, ich habe es gedrückt komm schon, bitte bitte hallo Lichter kleine Gestichung gefällig wie könntest du haben? das ist ein anständiger Falschland verschwinden, alle bei da hat jemand seine Zeit tot oh, Sido, hallo das ist ein Mumbo-Plattform Mumbo-Nah steht und große Zuppe machen yeah so das ist ein hey bring deine lahme Knochen her und rücke mir Naja, heul jetzt nicht gleich rum. Das sieht ja wohl irgendwie cool aus. Schau dir mal den Typen an Benjo. Sieh aus den Bottles in Uniform. Er kündet sich aus den Bottles ähnlich, du Stroll. Ist da mein Bruder? Na, wie geht's überhaupt dieser Tatüt? Nicht allzu gut. Kürzlich dahingeschieben unter der Hand der Hexte-Gorn-Tier. Oh, leid das Röhren. Oh, Kugel. Er sagt zum Kampf, angetreten. Kampf. Äh, er hat zum Kartenspiel. Tja, typisch. Dann willst du bestimmt einige meiner Special-Moves lernen, um es an der Hexte anzutragen, ne? Ja, eigentlich nicht. Bottles hat uns im nächsten Spiel schon so viel geholfen. Beigebracht. Fuck off. Boah, der konnte doch nur Anfänger-Moves. Ohne meine hochentwickelnden Techniken kommst du nicht weit. Also gut, Challengers. Dann bring uns doch mal viel bei. Jetzt. Bist rum genug dich, du Schlaumeier. Ihr ertraurigen Gestalter müsst euch erst bewehren. Findet ein paar Loten. Kommt wieder, wenn ihr genug gefunden habt. Ey, ein Moment noch. Und redet es ein bisschen wie dieser... Wie sehr hast du genug Loten für meine erste Letztion? Höre und staune, du Kälte. Weiß du hoch, der wäre jetzt was rein. Dann treffen die Leier auf, was von allein. Drücke, oh, na, was ist ein passender Blick. Nachdrücke, setz und schieß mit Geschick. Das sieht dann aus. Weg betreten. Okay, wir haben ja einen kleinen Maulwurf vor uns. Ich will ja jetzt nicht rechtsradikal wirken. Ich bin ja kein rechts Typ. Ich bin ja links. Wie stehst du? Haha. Na, na, ähm. Ja. Oh, fahr auf. Oh, fröh. Sag du fröh. Und übrigens, dass Mike noch Let's Play wird irgendwann mal kommen. Bald. Aber ich mach's nur was fun, weil ich nicht warum ich wieder beruhig bleibe. Weil da spielen ja so viele schon. Das ist ja irgendwie nicht so besonderes. Zwei andere anscheinend Joan, aber für mich nicht. Fert besonders, wenn ich mein eigenes Sexualpack habe. Aber das ist... Eine Scheißkammer. Was hast du denn? Was hast du denn? Ich kann sagen, ich kann so was hast. Meine Leckchen sich finden. War aber auch nicht bestimmt gestohlen. So ein Pech. Jetzt kommen wir zu uns. Höft, höft, belot hier an. Warte, schwindet euch ein Pussel. Ein Pussel? Na, wenn das so ist. Ja klar. Gott, warte. Ich will das nicht. Nein, 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 nein. Römer halt euch bitte. Das ist dann bestimmt diese Stimme zu. Aber ich bin jetzt bestimmt. Oh, ich darf das ja. Tut mir an. Ich glaube, hier gibt es noch eine Honigwabe. Oh ne, ich brauche nicht wahr. Ja, das würde ich auch so. Echt, wir sind von... Weiß nicht, der andere Mond helft. So, keine Ahnung. Hä, das ist ein bisschen... Das Spiel ist aber nicht wirklich anfängerfreundlich. Würde ich mal mal. Du hast ein anderes Pussel gefunden. Hände dich auf, das du wach hält. Und schau'n kein Beleger. Und dann riechst du zu einem anderen. Auf dem Weg der Morgen helft. Genieß doch noch well. Diese Stimme muss euch doch so übelst auf die... Vorbacken gehen. Üb'r'r'r'r'r'r'r'r'. So. alles cool äh, warte, fliegen abknallen ähm, halt doch hier! der ist tot so, ich glaub, eine Nummer, ich weiß, wie es uns sagt commission die seklasten Fliegenf clients oiyor wie können wir den estable vor hte äh, ich glaub' an Deutschland an und stürmlich die Schuhe des Konkursen hofften sieben die Euro die Teilhütze die Führung die sie sind ja sie getragen sein wie als Gras ich habe die Düsseldienste hat sie auch ein bisschen dummer so ehrlich zu sein ich bin wir gehen noch zu einem verabschiede ich mich mal wieder geht es dann währenddessen mal in den Schlaf holen weil jetzt kein anderer Papier rauskommt da macht ihr jetzt nicht ich warne euch also bis zu diesem Bad